Jo, du könntest mir am Anfang hoch schießen. Bei mir hast du nicht viel von da aufschießen. Ah, da steht die Tide, ne? Ja, da steht so. Also ihr wollt mit der Tide alles? Ja. Nach rein da. So, hier. Alter. Kannst du dich selber Gift drunter nehmen? Ja, ich hab schon auf Cooldown jetzt. Okay, jetzt hab ich die zweite Wall. Na gut, ich muss die Dähe heilen. Von daher ist egal. Ne, das war bloß am Anfang. Ich kick sie mal weg. Ne, ich bin tot. Holy. Die krieg ich jetzt nicht mehr alle eingefangen. Egal, freilassen, entfällt halt. Gut. Ich hab die meisten wieder. Ich lauf jetzt einfach mal ein bisschen. Und herfalle. Ich hab die letzte Idee. Trains in drei. Trains in zwei. Trains in eins. Trains drin. Ja, ich hab noch 700kp. Da soll ich ein bisschen mehr Dennis drauf machen. Ja, die sind halt jetzt so hoch geboostet. Digga. Ja, der eine hat noch 2 Millionen HP. Ach. Ich bin der Mann. Digga. Ja, ich... Ich lauf jetzt bloß noch ein bisschen rum. Keine Ahnung. Sonst geht's nicht mehr. Kleine Anregung. Oder so, ja. Keine Dicken. Keine Dicken. Aber der Simon ging slow. So. Ich glaub das hätte ich klein machen sollen. Sorry. Scheiße. Scheiße. Ja, 16% easy. Also mitten durch? Ja, lass rechts lang. Nee, nee, rechts lang. Okay. Dann müssen wir halt durchlaufen, ne? Ja, klar. Go. Und auf geht's. Ich glaub den... Den... Lass ich sofort rein? Ah ne, Moment. Ich hab da jetzt halt nicht viel drauf. Ah, ich krieg hier. Warte, bist du? Bäume sind drin. Und jetzt zu dem Crackshot ziehen. Zu dem Crackshot ziehen. Ja. Dann können wir so besser cleanen. Wenn die mittlere bei der Putt irgendwie festnagelt, bewegt sich der Rest auch nicht mehr mit. Ja. 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 Okay, wir könnten jetzt hier unten die spielen. Dann haben wir zwar weniger Fläche, aber... Da haben wir nicht das Problem mit der Tides Tosse drin. Weil cool, das hätte ich halt auch. Mir ist es egal. Dann haben wir halt hier einen kleineren Raum. Können wir auch hier nicht machen. Nee, lass hier... Nee, lass oben nicht spielen. Unten ist Crack. Auch die Packer. Dann voll auf die Tosse. Ja. Kann ja den coolen Tank-Trick da machen, die ganze Zeit im Zaun springen. Jetzt siehst du drin. Irgendwie. Ich glaub, die Trains sind schon wieder tot. Könnt so. Auf jeden Fall haben sie nicht viel gemacht. Ja. 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 So. Ich hab da so ein Mahl-Di-Javü an der Stelle mit dem Pullen und so. Ja, ja. Also die hätte mich jetzt fast volle Kanner in die Dings reingekickt ne, hier? Ne knappe Kiste. ich hab fast den ding gemacht wo reingerollt das bei ashwain letztens war schon eine coole nummer sehr sehr grenzwertig ich sitze das kannst du anfangen dann kommt wir wissen letzte woche schraut die letty ganz so wenig halte ich nie aus jetzt bin ich auch im main spektrum mit den ätheroide pieces ist jetzt auch kein boss buff ich schraut die letty hatte da etwas wenig leben gut man halt auch hütet euch hütet euch okay das war knapp achtung geht euch durch durch ich zieh ihn raus oh du hast ihn erwischt oh du ziehst ihn raus ja vorher rausziehen ist immer gut hütet euch na gut hütet euch und jetzt nimmer aber halt kann noch kein mdi spielen dafür spiele ich auch eindeutig die falsche scheißklasse wieso unholy decay wird er tatsächlich im mdi manchmal gespielt also krass in der e-puls oder hast du da manchmal dk dabei ja mittlerweile halt auch nicht mehr okay es gab einen das ding ist und andere war das sehr beliebt entweder machst du halt einen richtig fetten pull und machst du dann go auf die brücke und zieh schon weiter oder du pullst halt drei mobs und machst das gefühlt gar kein scheiß als amnoli genau das habe ich das letzte mal gemacht da wurde rum geholfen ich könnte kein damage machen ja aber ich warte kurz bis der down ist ne ich will ihn nicht hoch buffen ne ne das sowieso nicht ne ne das sowieso nicht okay ich pull die zurück ja klar ja ach dieses scheiß event da oh fuck jetzt sind wir halt in allem charge kommt achso das war dein tree ich hab den tree jetzt wieder abgespottet weiße ja ein charge kommt ja bleibt ein bisschen länger leben verdamaged ach wieder alles voll gewollt oh fuck wer malt charge lebst nicht gern ja ja ich weiß ich will die falsche scheiß klasse nein ich will nicht eh release und gib gas die frage war ob du nicht gern lebst ja gut die sind halt auf der brücke auch ätzend mit dem ganzen gebäude start ich pull dir die mal dahinten die ich hab die ratten schon die ratten auslassen wollen ja gut da ist so ständig diese dumme party darum läuft die können ja eigentlich nichts das decken ja nicht mehr mehr hoch mittlerweile hat ein eindeutig zweiter mit denselben gedanken aber natürlich irgendwas muss der brev hier auch schon können wir für neue schaden macht auf andere ziele haben wir denn für eine event da ja ich hole die das sind aber insgesamt sechs und die tun aber gut dass ich keine wall ready habe wie ist drin das und hier auf die queen ist an mal den weib einfach raus eh ja der hat halt verfolgt ja der hat halt verfolgt die ratten part wollte spielen ja klar die müssen wir ich pull dann erst die zwei affen und dann können wir die dings machen hier die blase können die zwei auch in die blase mitnehmen ja das kann ich auch sagen gut können wir machen dann auf geht's das ist jetzt ungünstig ich bin betäubt können wir den irgendwie los ich bin da in der kacke betäubt ich charge mal rein und kick den auf kleines mädchen lauf sie dann hier vor zu dem ich warst du den wieder rein gekickt man weil ich das ding interruption wollte ich kann nochmal das rentieren und lauf okay Wollt ihr gleich noch Trash spielen oder er ist Boss? Er ist Boss Okay Trash Nee, wir haben HT schon Die Putt müssen wir auf jeden Fall da spielen Ja, okay, kommt Wenn die hier hinterspringt und die Putt gerade da ist, dann weg Raus drehen, bitte Ich hab den Ich hab hier den ganz reingestellt, Bäumchen Jo, passt Ja gut, die Bäumchen drehen halt dann, wie sie lustig sind Ja gut Schwund ist immer Wollt ihr die Emissary auch noch machen oder dann Boss? Boss, oder? Ja Dann brauchst du nicht mehr Okay Puttimer kommt 3, 2, 1 Hütet euch Hütet euch Hütet euch Hütet euch Was zur Hölle hat er was gegen mich? Nichts Effektives Hütet euch Oh fuck Das war nix Hütet euch Hütet euch Also manchmal soll ich an die Mobs ranchargen keine gute Idee Hütet euch Hütet euch Ich muss dann übrigens aus dem Fass rausziehen Ich glaub, der macht er auch 15% Meshe an Okay Also ihr wollt oben lang oder wollt ihr das ganz normal unten? Ja, ihr müsst noch rechts Ja, ihr müsst die Brücke Gut, dann auf geht's Sag mal, dass sie sind Tücken zurückziehen Lauf Kriegt den einen jetzt noch nicht Jetzt kann ich Ich hab halt keinen Harti, der für mich Schaden macht, Mann Ich mach halt meinen eigenen Schaden Ist das für ein Tier? Ach, die Tusse ist ja noch drin Doch auch am Balken Ja, na Schauen wir mal, wann das sitzt Ich hole den Okay Haben wir die jetzt noch? Wir haben die mit dabei Richtig Für einen dicken Witz ja keinen Mobs-Sanal in den Spielen Für einen dicken Fokus und den Rest cleave Lauf, kleines Mädchen Lauf Lauf, kleines Mädchen Dann erst Ampels, oder? Ähm, da wir da mit rein wissen müssen, würde ich fast das Event schon mal triggern gehen Hm, der kann's ja machen Ja Ihr könnt dann die zwei auf der Brücke vorne spielen Die ersten zwei, damit wir da durchkommen Und ja Du gehst jetzt zu dem einen Boss und wir machen die zwei auf der Brücke, oder was? Genau Okay Kann man mal das rentieren? Hey, Zettie, kurze Frage, wär's denn einfacher zu heilen Taylor oder ich? Ja, das kannst du halt die Wochen nicht vergleichen Fortified ist halt immer scheiße Und viel mehr, also brauchst du viel mehr Tank hier Hab ich doch schon mal Fortified geheilt Ja Das macht Taylor ein bisschen mehr DPS Hehehe Hehehe Joa So, Schwein ist getriggert, also Dann geht's hoch in den Wissen Ich wollte jetzt hoch in den Wissen Ja klar Okay Ähm Jo, dann, Raw kommt, auf geht's Ich hätte eigentlich auch Stealthen können, fällt mir grad ein Oh fuck, ich bin zu nahm weit gelaufen Pass auf den Invis Detection Ja Und, Voltama kommt 3 2 1 Komm, das hat mir noch mal lange Zeit so Letztes Season ja gemacht Okay Ich mach den da mal weg Damit der halt ht für den Sharkboss, also bevor die Sharkboss genervt hatten Mh, ne, naja gut Dann nochmal ht jetzt Kommen wir da runter, ohne dass wir was adden? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, doch Okay Na du sowieso, du bist Katze Ja gut, ich schon, aber, ne? Ich denke ja immer ans ganze Team Guck mal halt, so legt man ab Merken Soll ich ein bisschen rüber ziehen, oder passt das? Kommt der rein? Nee, geht's noch Lassen wir ihn Okay, jetzt sind wir komplett Das muss leider gehen, Kollege, auch ich Ja, ich, ich lauf mit Wall durch Ey, die anderen haben die Spawn, eigentlich kannst du, ja Na gut, die Wall hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber Bei dem Boss brauchst du eigentlich fast nie was ziehen, außer halt mal ein bisschen Ähm, die Regeneration Hm 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 Der Boss kann im Endeffekt nichts, aber er hat viel Leben Alter, ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn er mich da hinten reinkickt, ne? Ich hab's dir schon geschafft, den Boss mal zu resetten auf der anderen Seite Das Brand mag einen Ich, ich zieh wieder rüber Ich glaub ich hab hier schon geschafft, jeden Boss zu resetten, bis auf den, den Shark-Typen, ne? Hast du fast noch Ja gut, da sterbst du vorher Also, bei, bei den, bei dem einen hat mich der Vogel mal raus, ich hab mich einmal erwischen lassen und das hat mich dann, äh, rausgekickt, dann ist der Boss resettet bei 1% Und, bei das Und, bei den, die, die, die Hölle da ruf ist Die, 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 die hergitzt Richtig, bitte Hör, richtig, bitte Wir können hier, der Shahmen singen in sein Ding da reinziehen, ey Na gut, klappt sogar, ne? Ja, oben lang, oder? Ja, wir können unten lang, ist ja bloß der eine Dicke Denécole dann mit ich das und hier das überlasse ich dir übrigens doch mit diesem wegkicken ja ich will den kack da diesen würden ist ja schon längst wenn ich wieder mit ihr ding ist doch viel geiler wenn ich weglaufen muss ist es halt ultimativ gut wenn ich wenn ich die mobs weg und wenn ich kann hat alle interrupt mit uns dann kann ich ein interrupt also da finde ich das ding deutlich stärker in immer alle mal zum schwein noch nicht klicken noch nicht klicken noch nicht 321 jetzt ich kann auch so einen großen mit runterziehen ich habe es einmal geschafft ein boss zu bolstern weil ich nicht dachte dass das geht also 9 millionen schaden für eineinhalb prozent klingt sehr fair kapper vielleicht nur einfach mittlerweile wieder keys in time spielen kann der 15 musste noch nicht bei verschiedenen affixen geht das ganz gut ja ja ich meine jetzt die woche jetzt zum beispiel sind einige inis hier tatsächlich spannend also muss ich ganz ehrlich sagen weil es gibt verschiedene trash packs die wir ich die woche zum beispiel gar nicht spielen und zum beispiel kann ja auch nix außer nun leben so warte mal noch sechs prozent warte ich pull dir den dicken ich will gerade trinken und dann pulte hier ist trinken aus dem an oder was hier real life ich raff halt auch nicht warum so ein fett sagt mit 4,6 millionen die gruppen halt den heil auch Ach du Scheiße. Ich hoffe, dass ihr den Post nicht hättet. Wollen wir nicht lieber hochgehen als hier an dieser... Ja, klopft, komm doch. Das sind aber ein bisschen mehr als 6%. Also gefühlt sind es 400. Wollen mal. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Dann sagt er noch 3. Dann gleich taunten hab. Ach, das war eh von deinem Pet. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Was meinst du? Ich hab dein... dein Pet abgespottet. Schau, überlebt das auch mal. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Alter. Wir haben hier echt weggeschäppert. Könntest du denn mal hier drin? Nein, ist der Maulmann. Bäume, die stehen drin. Bäume, die stehen drin. Lauf, kleines Mädchen. Lauf, kleines Mädchen. Ja. Schönes Buffhut. Weil ich nicht rum wäre so gedocht, hätte ich nicht gestorben. Können. Okay, Polter mal kommt. 3, 2, 1. Wer in der Scheiße steht, der muss halt ohne Buffhut spülen. Ja, ich dachte, das geht so aus. Okay. Der haut schon ganz gut rein. Ich dachte, ich kann hier durchrödeln, aber das mach ich lieber mal nicht. Einfach selbst spülen. Irgendwas. Lauf, kleines Mädchen. Einmal genug. 4 Minuten. Ach. Ist der Haar ja in mir dran. Langsam. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Leatt, kleines Mädchen. Lauf eben. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Wunderbar. Das ist ja sogar noch ein Upgrade, ne? Weil hier hätt' ich nur ein 15er, ne? Freehold 17. Nochmal Freehold. Können wir nicht mal irgendeinen anderen Key kriegen? Dann würd' ich aber lieber diesen anderen da noch machen. Aber ich glaub' ich mach' heute keinen mehr. Sieht bei mir ähnlich aus. Ernsthaft? Jetzt krieg' ich den? Jetzt krieg' ich den? Mit Sockel? Und Leech? Hast du den Würfel? Der ist richtig gut. Sockel und Leech. Oh, der ist ja richtig gut. 39% Upgrade. Ich würd' den auch nehmen. Ich hab' einen Taster. Pfff.